Wir haben uns für Fachhochschulstudenten entschieden, weil wir eine konkrete Problemstellung gelöst haben und darum systematisch, jung und inspirierend eine Meinung von Studenten einholen wollen. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden haben wir als sehr intensiv empfunden, aber auch als sehr gut. Man muss sich vorstellen, dass wir diese Gruppe in Windeseile, in unsere Pferdesportwelt, hineinholen und dann haben wir uns über diese fünf Monate hinweg miteinander entwickelt und uns ausgetauscht und haben uns jetzt sozusagen auf dem Höhepunkt mit Projekten verabschiedet. Ich würde so ein Praxisprojekt den Unternehmen empfehlen, die eine konkrete Problemstellung haben, die Studierenden Praxiseinblicke geben wollen, also eigentlich wirklich jedem Unternehmen.